Hallo, ich bin der Martin. Ich bin Postdoc in diesem Labor. Ich bin verantwortlich für die Betreuung der PhD-Studenten und auch der Masterstudenten. Mein Interesse für Medizin, Biologie und Forschung hat schon angefangen, als ich in der HTL für Chemische Industrie in Rosensteingasse war. Weiters habe ich dann meinen Bachelor in Genetik und Mikrobiologie gemacht, meinen Master in Molekularbiologie mit Schwerpunkt Molekularer Medizin. Das war alles in Wien. Danach bin ich nach Graz gekommen, um ein PhD in Molekularer Medizin zu machen und habe währenddessen auch mit einem eigenen Forschungsgeld war ich dann neun Monate lang in Norwegen auf einem eigenen kleinen Projekt. Jetzt bin ich wieder hier und arbeite an der Alterungsforschung und werde in Zukunft auch später an einem eigenen Projekt in der Neuronenbiologie arbeiten. Und wenn ihr wissen wollt, was ein Gruppenleiter so macht, dann schaut euch doch das Video von Corinna an.